Freak Classic. Die besten Freak-Radio-Sendungen zum Wiederhören. Petra Flieger ist ausgebildete Sonderschullehrerin und Psychologin. Sie ist seit langem eng mit der Selbstbestimmten-Lieden-Bewegung verbunden und arbeitet als Sozialwissenschaftlerin. Vor ihrer wissenschaftlichen Tätigkeit hat sie sieben Jahre in Integrationsklassen unterrichtet. In einer Alternativschule und in öffentlichen Schulen. In letzter Zeit setzt sie sich wieder intensiver mit der schulischen Integration in Österreich auseinander. Und sie schlägt Alarm. Denn die Integration behinderter Kinder in Österreich-Schulen geht zurück statt voran. Von Inklusion, dem eigentlichen Ziel, sind wir meilenweit entfernt. Freak-Radio hat Petra Flieger zu einem Gespräch über das Thema gebeten. Die Fragen stellen Katharina Zabranski und Margarete Endl. Also wir haben uns getroffen, um über die österreichische Schulintegration zu sprechen. Allgemein oder umgangssprachlich spricht man auch von Integration. Was ist der Unterschied zwischen Inklusion und Integration? Da gibt es einen sehr grundlegenden Unterschied. Integration heißt, dass es getrennte Systeme gibt oder getrennte Welten gibt. Und die werden zusammengeführt, mehr oder weniger. Das ist Integration. Inklusion ist der wesentlich radikalere Ansatz, weil Inklusion heißt, es gibt überhaupt keine Trennung. Inklusion heißt eigentlich ohne Aussonderung. Inklusion ist das Gegenteil von Exklusion. Bei Inklusion geht es um einen fundamentalen und eigentlich radikalen Systemwechsel. So wie wir jetzt in Österreich die Situation haben, haben wir ein extrem aussonderndes Schulsystem. Wir haben von Anfang an neben der Volksschule die Sonderschule. Es gibt einfach immer noch kleine Kinder, die von vornherein in die Sonderschule kommen. Da findet Aussonderung statt. Und das hat überhaupt nichts mit Inklusion zu tun. Wenn einzelne Kinder in die Regelschule gehen, dann kann man das Integration nennen. Aber grundsätzlich ist das Bildungssystem ein ganz stark aussonderndes. Und wir sind sehr, sehr weit von einem inklusiven Schulsystem entfernt. Wenn es um positive Beispiele geht, kennen Sie Länder, wo es eine vernünftige Inklusion, eine positive gibt in der Schule? Ja, es ist lustig. Ich lebe ja jetzt seit zwölf Jahren. Ich bin ursprünglich aus Wien, aber lebe seit zwölf Jahren in Tirol. Und ich brauche also nur 30 Kilometer in den Süden fahren nach Südtirol. Da herrschen wirklich inklusive Zustände. Es gibt in Südtirol keine Sonderschule mehr. Es gibt keine Exklusion mehr. Es gibt keine Sonderklassen mehr. Die haben die gemeinsame Schule der 6- bis 15-Jährigen. Und da gehen alle Kinder miteinander in der Schule. Und die haben es auch im Laufe der letzten 20, 25 Jahre gut geschafft, auf die Bedürfnisse von allen Schülern und Schülerinnen gut eingehen zu können und den Bedürfnissen gerecht zu werden. Das betrifft ganz Italien. Südtirol ist halt deshalb für uns interessant, weil nach Südtirol kann man fahren und feindeutsch reden. Man ist eigentlich im selben Kulturraum. Man ist sich sehr nahe und hat ein vollkommen anderes Bildungssystem. Das ist das Spannende. Aber natürlich ist das eine Gesetzgebung, die für ganz Italien gilt. Und ich weiß auch, dass die Südtiroler so auf diesem Autonomieticket, wenn ich das salopp ausdrücken darf, versucht haben, sich zu wehren gegen dieses Schulgesetz, das ja Mitte der 70er Jahre schon eingeführt worden ist. Also die Abschaffung der Sonderschulen und die Einführung eines inklusiven Schulsystems, eines Schulsystems ohne Aussonderung. Also die Südtiroler haben sich gewehrt, haben auch eine zeitlange Übergangsregelung gehabt und da haben sich dann die Eltern, da hat es eine sehr starke Integrationsbewegung von betroffenen Eltern, von Kindern mit Behinderung gegeben, die dann gesagt haben, wir wollen das so wie in Italien. Und die dann in Kooperation auch mit engagierten Lehrern und Lehrerinnen doch relativ schnell auch die volle Integration, respektive Inklusion, wie man da ja sagen kann, auch in Südtirol durchgesetzt haben. Was vielleicht nochmal, weil ich das letztens erst mal nachgefragt habe bei einer Kollegin aus Südtirol, was da schon interessant ist, weil ich sie gefragt habe, wie lange das gedauert hat, bis dann von den aussondernden Bedingungen oder der Trennung, bis dann wirklich diese Inklusion hergestellt war. Und sie hat gesagt, circa zehn Jahre, bis es einfach überhaupt keine Aussonderung mehr gegeben hat. Was sie gesagt hat, was wichtig ist, also Südtirol hat nie ein so extrem stark und differenziert aufgebautes Sonderschulwesen gehabt wie Österreich. Also da wäre in Österreich wahrscheinlich noch einmal genauer hinzuschauen, wie man das umsetzen könnte, welche Schritte man da ergreifen muss, um Richtung Inklusion zu kommen und die Sonderschulen abzubauen. Die UN-Behindertenrechtskonvention, die ja auch Österreich unterschrieben hat, will eben die Abschaffung der Sonderschulen und eine inklusive Schule für alle Kinder. Was sind die größten Hürden jetzt in Österreich? Die erste Hürde ist sicher, dass das Sonderschulsystem, das Sonderschulwesen als eine eigene Schulart immer noch extrem stark aufgebaut ist. Und ich pflege ja zu sagen, die österreichische Gesetzgebung zur schulischen Integration hat eigentlich zu einer Stärkung der Sonderschulen geführt. Da wird es dann kompliziert, weil das mit der Schulverwaltung zusammenhängt, weil das damit zusammenhängt, dass sehr viele Länderkompetenzen angesprochen sind und sehr viel in den Bundesländern sehr unterschiedlich gehandhabt wird. Zweitens die Sache mit dem Wahlrecht der Eltern. Was auf den ersten Blick so gut ausschaut, hat, wenn man sich die Entwicklung der letzten 20 Jahre in Österreich anschaut, nicht dazu geführt, dass die Integration wirklich sich durchgesetzt hat. Weil bei einer Integrationsquote, die in den letzten zehn Jahren relativ konstant ist, von 50 Prozent kann man nicht sagen, dass das ein erfolgreiches Konzept ist. Weil 50 Prozent der Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf werden immer noch ausgesondert. Und da wird es dann auch wieder kompliziert. Die Frage ist, wie erfahren denn die Eltern überhaupt, dass sie ein Recht haben zu wählen? Wer informiert denn die Eltern über die Vor- und Nachteile von einer integrativen Beschulung ihres behinderten Kindes oder von einer Beschulung in der Sonderschule? Und die Information erfolgt im Wesentlichen über die Sonderschuldirektoren und Direktorinnen, teilweise auch Bezirksschulinspektorinnen. Aber da hat sich einfach das Sonderschulsystem zu stark durchgesetzt bei seinem Einfluss. Und das sind alles Elemente, die eine Entwicklung hin Richtung mehr Integration verhindern. Die Segregationsquote hat in Österreich ja sehr stark abgenommen nach 1992, stagniert aber seit zwölf Jahren, seit dem Jahr 2000. Insgesamt der Anteil der Kinder, die in eine Sonderschule gehen, von allen Schulkindern, die nimmt zu. Also die Segregationsquote nimmt seit dem Jahr 2000 zu, weil die Sonderschulen so gestärkt sind, weil die so viel Einfluss haben, behaupte ich. Weil die Beratung der Eltern an den Sonderschulen erfolgt, die halt umgetauft worden sind in sonderpädagogische Zentren und die aber ganz offensichtlich, was ja auch nachvollziehbar ist aus der Perspektive der Sonderschulen, Interesse haben, die eigene Schule zu erhalten, die eigene Schulform zu erhalten, die eigenen Arbeitsplätze zu erhalten. Und dann werden die Eltern eben dahingehend beraten, dass sie das Kind in die Sonderschule geben. Das ist das eine. Das andere, was auch stattgefunden hat in Österreich, ist, dass die Integration systematisch ausgehungert worden ist, ressourcenmäßig. Also über weite Strecken sind die Ressourcen, die in die Integration fließen, wesentlich geringer als das, was in die Sonderschulen geht. Petra Flieger weiß, wovon sie redet. Schließlich hat sie selber unterrichtet und dabei viel gelernt. Ihre eigene größte Lehrmeisterin war ein Mädchen, das Petra Flieger vier Jahre lang in einer Volksschule unterrichtete oder sagen wir besser, in seiner Entwicklung begleitete. Doch nicht nur die Lehrerin lernte vom Mädchen, auch die Mitschüler und Mitschülerinnen. Ich mache das konkret an einem Beispiel fest. Ich habe so ein unter Anführungszeichen nicht integrierbares Kind damals gehabt. Das ist sicher ein Kind, das auch heute noch an vielen Stellen Österreichs von vornherein nicht integriert würde, weil es heißt, das funktioniert nicht oder das ist nicht gut für das Kind. Das war ein Kind, ein Mädchen war es und sie hat keinen verbalen Ausdruck gehabt. Sie hat, ich weiß noch, Pizza und Mama hat sie sagen können in der ersten Klasse und sie ist ständig davongelaufen und sie hat dann nicht so das Konzept gehabt von ihrem eigenen Sitzplatz oder so und das Mädchen ist oft 30 Mal an einem Vormittag davongelaufen. Das war schon anstrengend, aber nach relativ kurzer Zeit hat die ganze Schule zusammengeholfen, wenn sie herumgelaufen ist, dass sie sie wieder zurückgebracht haben. Ich kann mich erinnern, einmal habe ich gesagt, habt ihr sie gesehen und sie haben gesagt, nein, gerade nicht, aber da vorne ist der Puppenwagen unterwegs. Da hat sie eine Zeit lang in einem Puppenwagen in der Schule herumgeschoben. Vielleicht ist sie dort, da war sie dann. Also die ganze Schule hat zusammengeholfen. Am Ende dann, nach vier Jahren, hat sie es ohne Probleme ausgehalten, vier Stunden in der Klasse zu bleiben, hat auch angefangen zu schreiben, Buchstaben zu schreiben, hat auch allein am Platz setzen können, sie hat das einfach alles gelernt gehabt mit den anderen Kindern. Die Frage, wo findet der Unterricht statt, der findet grundsätzlich gemeinsam statt, weil was auch ganz schlecht ist, wenn die Kinder ständig rausgenommen werden, das schafft so dieses, da passiert was Geheimnisvolles, da wissen wir nicht, was ist. Aber wenn das immer miteinander passiert, dann kennt man sich aus und kann es auch miteinander tragen. Also dieses, sie reinholen und aufpassen auf sie, das ist ein guter Ausdruck dessen. Die Kinder waren sehr sensibilisiert und haben einfach miteinander sie in der Gruppe mitgetragen. Dann hat sie angefangen in der Früh, das ist ein gutes Beispiel für Sprachförderung ohne Sprachtherapeutin. In der Früh hat sie dann angefangen immer Guten Morgen zu sagen, Guten Morgen zu sagen, das war großartig, weil da hat sie jeden Tag 50 Leute gehabt, denen sie Guten Morgen gewünscht hat und alle haben sich gefreut und haben zu ihr Guten Morgen gesagt. Also ganz normal. Und sie hat sie angefangen zu reden. Ich habe dann ein Interview gemacht mit den Kindern in der vierten Klasse, wie sie das so erlebt haben und da hat wirklich ein Kind gesagt, von ihr haben wir gelernt in der Früh Guten Morgen zu sagen. Ein Mädchen, und das hat mich sehr angerührt von einer Zehnjährigen, hat damals im Interview gesagt, am Anfang hat sie noch nicht reden können, aber vielleicht haben auch nur wir sie nicht verstanden, was ich sehr, sehr bemerkenswert finde. Und ich habe damals dann in der vierten Klasse die Kinder auch gefragt, wie war denn das für euch, dass das Mädchen so herumgelaufen ist oder dann hat einer gesagt, naja, manchmal hat sie so Wutattacken gehabt und laut geschrien, aber sie wird schon ihre Gründe gehabt haben. Also ich glaube, das ist etwas, was wir Erwachsene viel mehr dramatisieren und unverständlich ist. Und wenn die Kinder aber da aufwachsen damit und das grundsätzlich klar ist, wir gehören alle zusammen und manchmal ist es super toll, manchmal ist es auch schwierig, aber grundsätzlich gehören wir zusammen und versuchen, miteinander die Dinge zu tun und zu machen und miteinander zu lernen und miteinander das Leben zu gestalten und die Welt zu erforschen. Dann wird das so etwas Selbstverständliches und das ist etwas, wo wir Erwachsene auch noch ganz viel lernen müssen, dieses von den Kindern lernen eigentlich. Die Kinder, wo das halbwegs funktioniert, von denen können wir ganz, ganz viel lernen. Also auch die nichtbehinderten Kinder, für die das dann selbstverständlich ist, das auszuhalten, dass ein anderes Kind ständig davonläuft oder sich am Boden wirft und einen Anfall kriegt oder so. die haben das mit so einer Selbstverständlichkeit, das war für sie kein Thema. Sie wird schon ihre Gründe gehabt haben, warum sie ausgeflippt ist. Ist doch super, oder? Das war ein klassisches, nicht integrierbares Kind. Bei den Mädchen war es auch so, die war ein Jahr in der Sonderschule, vorher schon, und den Eltern hat das überhaupt nicht gepasst und dann hat sie noch einmal angefangen mit der ersten Klasse und was weiß ich, sie hat zum Beispiel auch noch Windeln getragen in der ersten Klasse und dann hat sie halt in der Schule gelernt, aufs Klo zu gehen und keine Windeln mehr zu verwenden. Ich kann mich erinnern, dass ich dann in ein Zeugnis einmal hineingeschrieben habe, super, dass du keine Windeln mehr brauchst. Aber ich weiß zum Beispiel auch, dass es Lehrerinnen gibt, die das einfach ablehnen würden. Die sagen einfach von vornherein ja jemand, der Windeln hat, der gehört nicht in die Schule und ich mache das nicht oder so. Ich habe halt gefunden, naja, andere lernen Buchstaben schreiben, sie lernt halt, das ist halt das, was jetzt für sie ansteht, sie lernt halt keine Windeln verwenden und aufs Klo gehen. War das ihr schwierigster Fall oder gibt es noch einen schwierigeren Fall? Also von Fällen rede ich gar nicht gern. Damals in der Klasse waren mehrere Kinder mit Behinderung und ich gebe es zu, ich habe zu ihr immer einen unglaublich guten Draht gehabt und natürlich hat es Phasen gegeben, wo ich mir dachte, und jetzt und wie und so, aber da war einfach so viel Beziehung von Anfang an da, dass das für mich unhinterfragt war und im Grunde genommen, muss ich sagen, war sie meine große Lehrmeisterin. Ich kann so eine Geschichte erzählen, es war zum Beispiel so, dass ich mir, ich glaube, es war in der zweiten Klasse eingebildet habe, sie muss jetzt die Farben lernen. Rot, Blau, Grün, Gelb. Gut, das habe ich mir halt eingebildet, warum auch immer. Und dann weiß ich noch, wie sie immer gesagt hat, Rot, Blau, Grün. Und das hat meistens nicht gestimmt und die haben mir dann gedacht, jetzt kann sie die Farben immer noch nicht und das wäre doch so dringend notwendig und ja, was mache ich denn, sie lernt die Farben nicht. Und dann war es ein halbes, dreiviertel Jahr später in der dritten, von einem Tag am anderen ist sie, ich habe das noch so im Kopf, es war so ein schönes Bild, das hätte man filmen müssen, hat sie angefangen, von Kind zu Kind zu gehen, von Federbenal zu Federbenal und hat dann angefangen, die einzelnen Farben zu nennen, aber hellrot, dunkelrot, hellgrün, dunkelgrün, rosa und so. Und ich habe mir nur gedacht, Gott, was habe ich für einen unnötigen Stress gemacht. Das Kind hat eigentlich nur mir zuliebe immer gesagt, dieser Rot ist Grün ist Gelb. Ich habe einfach mir eingebildet, sie soll jetzt die Farben lernen und für sie war es einfach noch nicht interessant. Ein halbes Jahr später war für sie der Zeitpunkt der richtige und dann hat sie mit dem größten Selbstverständnis. Das Schöne war eben auch so dieses, dass sie von Federbenal zu Federbenal gegangen ist und die Kinder haben das mit ihr besprochen, was sind denn das für Farben und so. Und sie hat mit der größten Selbstverständlichkeit alle Farben benannt und ich habe mir ein halbes Jahr vorher gedacht, ach Gott, was rennt falsch, dass sie die Farben immer noch nicht kann. Also was sie mir einfach gelernt hat oder worin sie mich gelehrt hat, ist einfach so dieses ruhig sein, gelassen sein, aufs Kind vertrauen, geduldig sein auch und wirklich genau hinzuschauen, was ist das, was das Kind jetzt braucht und nicht, was bilde ich mir ein, was es jetzt brauchen muss, was eh oft sehr daneben ist. Und da war sie einfach eine, da war sie sicher nicht mein schwerster Fall, sondern meine beste Lehrmeisterin. Ich glaube, dass das Sonderschulwesen schon ein sehr, ich meine, aber das ist ja was, was jedem System inne wohnt, ein Selbsterhaltungstrieb sozusagen oder eine Selbsterhaltungstendenz. Also Systeme haben grundsätzlich nicht den Anspruch, sich aufzulösen, sondern sich am Leben zu erhalten. Ja, es ist jetzt sehr einfach ausgedrückt, aber und das hat das Sonderschulwesen sicherlich auch verbunden mit einer Interessenspolitik der Gewerkschaften. Also das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, die Gewerkschaften haben sich für das Thema Schulintegration nie interessiert. Die haben auch die Interessen der Lehrerinnen nicht unterstützt, die in der Integration gearbeitet haben. Ich denke, es wird auch schon ein Teil sein, dass das halt noch so normal ist im österreichischen Schulwesen, dass Kinder ausgesondert werden können. Also wenn Pflichtschullehrerinnen Schwierigkeiten mit Kindern haben, dann hat das halt auch was, dass man die weggeben kann, wenn man das Gefühl hat, man ist überfordert. Und das ist halt einfacher, als zu sagen, muss ich mir jetzt eingestehen, da kann ich was nicht, da muss ich mich unterstützen lassen, da kommt vielleicht jemand anderer in die Klasse. Es ist halt einfacher, jemanden loszuwerden sozusagen. Wobei man natürlich immer ganz vorsichtig sein muss mit so pauschalen Aussagen. Aber die Tendenz ist da und die Zahlen zeigen das auch. Die höchsten Steigerungen an Anteil der Sonderschülerinnen sind in der dritten und vierten Schulstufe. Da werden ganz viele Kinder etikettiert, Kinder, die vorher nicht etikettiert worden sind, die als unauffällig in die Schule kommen, die erhalten in der dritten oder vierten Klasse einen sogenannten sonderpädagogischen Förderbedarf. Und sehr, sehr viele, da werden die Sonderschulklassen aufgefüllt. Und dann noch einmal in der neunten Schulstufe, das ist auch interessant. Ich wollte noch einmal eher aus Sicht der Eltern, wenn man sich entscheiden muss, gebe ich mein Kind in die Sonderschule oder eben in die Regelschule. Wieso gelten Sonderschullehrer als Experten für behinderte Kinder? Naja, weil sie eine spezielle Ausbildung haben. Eben das Lehramt für Sonderschulen. Und da lernt man halt alles Mögliche auch über Kinder mit Behinderungen. Und man lernt da vielleicht, wie das halt funktioniert in der Sonderschule, wie man dort arbeitet. Und das wird halt dann betrachtet als die besondere Expertise, die es braucht, um mit Kindern mit Behinderung arbeiten zu können, sie zu unterrichten. Und das Hauptproblem natürlich auch, viele Regelschullehrerinnen erfahren nichts über die Arbeit mit sehr heterogenen Klassen, mit sehr vielfältigen Klassen, mit sehr unterschiedlichen Schülerinnengruppen. und sie erfahren auch nichts über die Arbeit mit behinderten Kindern. Und deshalb ist es dann auch so leicht zu sagen, ah, dort sind die Experten. Das schiebe ich ab sozusagen, weil die wissen, wie das geht. Wenn Sie sagen, in der dritten und vierten Klasse werden die Kinder in die Sonderschule geschickt. Ich nehme an, da geht es auch um Migrantenkinder und sozial irgendwie auffällige, unangepasste Kinder. Ja, das ist ein bisschen schwierig zu beantworten, weil die Datenlage extrem dürftig ist. Also es gibt nur ganz wenige Daten über das Sonderschulwesen in Österreich, veröffentlichte Daten, die mir zugänglich sind. Also was ein Faktum ist, ist, dass Kinder mit Migrationshintergrund oder Kinder mit nichtdeutscher Muttersprache, dass die absolut überrepräsentiert sind in Sonderschulen. Also diese Tendenz ist auf jeden Fall da, aber das ist sicher nicht das Einzige. Also es werden einfach auch viele andere Kinder immer noch etikettiert und kommen in die Sonderschule. Aber auf das Thema reduzieren würde ich es nicht. Was sicher auch immer wieder vorkommt, aber auch dazu gibt es keine Zahlen und keine Untersuchungen, dass Integration begonnen wird, weil es die Eltern wünschen und dann, weil die Ressourcen so schlecht sind oder weil von vornherein der Widerwille sehr groß ist und eigentlich die Schulen oder die Lehrerinnen nicht wollen, dass das Kind integriert wird, und dass es dann halt in der dritten oder vierten Klasse, wo es dann auch irgendwie ernster wird, weil da haben wir ja dann die nächste Trennungsphase, wo halt mehr auf Leistung oder sehr leistungsorientiert gearbeitet wird, dass die Kinder dann, das sind dann die gescheiterten Integrationsfälle, die kommen dann auch in die Sonderschule. Also da gibt es, mir sind keine Zahlen darüber bekannt aus Österreich. Das ist auch sehr problematisch, dass es keine Zahlen gibt, aber das sind sicher so Verläufe, die es oft gibt. Und insgesamt leistet die Sonderschule, was sie verspricht? Kann man das sagen? Ja, das ist jetzt eine spannende Frage, weil die Sonderschule leistet eben überhaupt nicht diese besondere Förderung, die sie verspricht oder die ihr unterstellt wird zum Wohl des Kindes. Also sämtliche internationalen Untersuchungen, und da gibt es mittlerweile sehr groß angelegte, empirisch sehr gut abgesicherte Untersuchungen, sämtliche Untersuchungen zeigen, dass Kinder in Sonderschulen weniger lernen als vergleichbare Kinder in Integrationsklassen, dass sie aufgrund dessen wesentlich größere Schwierigkeiten haben, am Arbeitsmarkt Fuß zu fassen, und dass sie, was ich für sehr, sehr bedeutsam halte, dass sie im Vergleich zu behinderten Kindern, die integriert unterrichtet worden sind, sozial isoliert sind. Also Sonderschule führt zur Isolation und integriert beschulte Kinder haben soziale, tragfähige Netzwerke, die sie dann langfristig auch im Erwachsenenalter nützen können. Es gibt zum Beispiel eine Studie aus der Schweiz, die haben zwölf Jahre lang knapp 500 Kinder in einer Längsschnittstudie begleitet. Also einerseits Kinder mit Lernbehinderungen in Sonderschulen, andererseits vergleichbare Kinder in der Integration, und die sagen als ein Teilergebnis zum Beispiel, Kinder mit Lernbehinderung, die integriert beschult worden sind, die schaffen es oft noch, mittlere Schulabschlüsse dann im Anschluss an ihre Pflichtschulzeit hinzubekommen, und das ist ein Phänomen, das gibt es von ehemaligen Sonderschülern überhaupt nicht. Die Sonderschule hält überhaupt nicht das, was sie verspricht. Im Gegenteil, sie behindert und sie führt zu lebenslangen Benachteiligungen. Ich möchte noch mal fragen, die österreichische Schulintegration hat zur Stärkung des Sonderschulwesens beigetragen. Weshalb genau? Also weshalb genau ist natürlich eine schwierige Frage. Ich bin der Meinung, dass das Wahlrecht der Eltern dazu geführt hat, dass die politische Entscheidung eine sehr halbherzige geblieben ist. In Wirklichkeit waren die Politikerinnen damals zu feig, um klar zu sagen, wir wollen die Schulintegration und langfristig ist das Ziel der Abbau der Sonderschulen. Und sie haben im Grunde genommen diese Entscheidung, ich sage immer, privatisiert. Sie haben den Eltern die Entscheidung überlassen. Das mag Anfang der 90er Jahre auch noch eine angemessene Strategie gewesen zu sein, aber was gleichzeitig passiert ist, durch den Föderalismus haben sie den Ländern sehr viel Kompetenzen überlassen. Die Entwicklungen in den einzelnen Bundesländern in Österreich sind ja extrem unterschiedlich. Wir haben die Steiermark mit einer Integrationsquote von über 80 Prozent und wir haben Bundesländer wie Niederösterreich mit einer Integrationsquote von 30 Prozent und mit einer enormen Zunahme, also real von Kindern in den letzten 20 Jahren, die in die Sonderschule gehen. Warum? Weil es einfach funktioniert hat so. Ich weiß nicht, warum. Ich weiß nicht, was in Niederösterreich dahinter steckt, warum die das so wollen. Das weiß ich nicht. Aber die Gesetzeslage ist so schlecht. Das ist jetzt nochmal die Antwort auf die Frage von vorn. Warum hat das in Österreich so funktioniert? Weil das System nicht politisch gesteuert ist, sondern weil sich die Schulverwaltungen verselbstständigt haben und das uns auch niemand beobachtet hat. Das ist wieder das Problem, dass die Forschung so vernachlässigt ist. Oder die Statistik Austria, wenn man sich da Zahlen anschauen will zum Thema Sonderschulen oder Thema Kinderschülerinnen mit Behinderung, es gibt fast keine Zahlen dazu. Also es herrscht einfach kein Interesse daran, politisch genauer hinzuschauen und das zu hinterfragen, was passiert denn eigentlich? Man lässt sich es einfach verselbstständigen. Und das ist das, was ich als halbherzig bezeichne. Einerseits zu sagen, wir haben eine super tolle Gesetzgebung und bei uns dürfen die Eltern entscheiden und dann nicht mehr genau hinzuschauen, was passiert denn da eigentlich? Wie entwickelt sich das? Und auch kein Interesse daran zu haben, das ist halbherzig oder doppeltzündig. Und dann denke ich mir, in Wirklichkeit ist es ihnen eh recht, dass die behinderten Kinder ausgesondert werden. Warum ist eigentlich die Steiermark da anders als zum Beispiel Niederösterreich? Wissen Sie, welche Kräfte da am Werk sind? Ja, das glaube ich schon, das relativ klar sagen zu können. Die Steiermark war von Anfang an, das war damals der Herr Bernd Schilche, der ja ein relativ bekannter, österreichweit bekannter Bildungspolitiker ist, der war damals Landesschulratspräsident von der Steiermark in der Vorphase zur Gesetzeswerdung 1992. Der hat sich damals schon sehr eingesetzt dafür, dass die Gesetze kommen und dass da auch in der Steiermark was passiert. Und dann hat es eine sehr engagierte, und zwar pro Integration engagierte Landesschulinspektorin gegeben, die sich einfach sehr eingesetzt hat dafür und die konsequent die Integration umgesetzt hat. Das finde ich problematisch bei einem Gesetz, dass das so ungleich umgesetzt werden kann. Dass ein Gesetz für die Schulintegration in einem Bundesland wirklich zu mehr Integration führt und in anderen Bundesländern genau zum Gegenteil. Dann denke ich mir, da stimmt was nicht, dass das möglich ist mit einem Gesetz. und komme ich wieder zur Halbherzigkeit. Was steckt da für eine Halbherzigkeit dahinter, so ein Gesetz zu machen und dann nicht zu beobachten, wie wird das Gesetz umgesetzt oder zu steuern, wie wird das Gesetz umgesetzt, sondern immer nur zu sagen, das ist halt die Entscheidung der Eltern. Das stimmt nicht. Das ist nicht die Entscheidung der Eltern, weil die sind ja das schwächste Glied gemeinsam mit ihren Kindern. Und das Beispiel Steiermark ist ein gutes Beispiel, weil da ist es real einfach so gewesen, dass an entscheidenden Stellen Leute gesessen sind, die gesagt haben, ja, wir sind davon überzeugt, dass das die Zukunft ist und wir wollen schulische Integration in unserem Bundesland. Gibt es dann irgendwie schon Ergebnisse, was das jetzt für die Absolventen, Absolventinnen bedeutet? Es hat vor zwei Jahren an der Uni Wien ein großes Forschungsprojekt gegeben, unter der Leitung von der Helga Fasching, eine umfassende Erhebung österreichweit gemacht, was passiert mit Absolventen von Sonderschulen und was passiert mit, also wie sind die weiteren Wege von Absolventinnen von Integrationsklassen? Die haben festgestellt, dass eben ehemalige Sonderschülerinnen tendenziell nicht pro Integration beraten werden, sondern tendenziell in Beschäftigungstherapien und Sonderprojekte geschickt werden, relativ schnell aufgeben, wenn es nicht gleich klappt. Also die versuchen es vielleicht noch irgendwo bei einer integrativen Berufsberatung, geben aber dann schnell auf, im Gegensatz zu ehemaligen Integrationsschülerinnen, die durchaus ausdauernd versuchen, im Integrations, also am allgemeinen Arbeitsmarkt, in Integrationsprojekten und unterstützt von Integrationsbegleitungen Fuß zu fassen. Auch wenn sie einmal scheitern, geben sie nicht auf, sondern sie bleiben dran, was ja ein allgemeines Phänomen ist. Man muss halt oft ein bisschen dranbleiben, bis man wo Fuß fasst und das Richtige findet und insgesamt sind die Ergebnisse eindeutig so, dass die Sonderschule zur Beschäftigung in einer Beschäftigungstherapie oder in Sonderprojekten führt und die schulische Integration auch längerfristig zu einer Integration im Arbeitsmarkt. Und es senkt sich auch mit der Beratung zusammen. Und insofern muss man wirklich sagen, Sonderschule behindert. Das trifft sehr gut. Und der Mythos von der besonderen Förderung bis der besonders guten und der besonders förderlichen Unterstützung und Begleitung ist ein Märchen, sozusagen. Es gibt ja auch ein therapeutisches System. Also Logopäden, Physiotherapeuten, natürlich zuerst, fallen mir die ein und andere Therapeuten. Die könnten ja auch in eine normale Schule gehen und ein Kind dort versorgen, behandeln. Ist da irgendwie ein Mangel an Zugänglichkeit zu den therapeutischen Angeboten? Ich glaube, es geht überhaupt nicht um einen Mangel an Angeboten. Es geht um die Frage, mit welchem Modell biete ich diese Angebote an? Muss das Kind zum Angebot kommen in der Spezialeinrichtung, wo alles ist? Oder kommt die Therapeutin halt in die Schule zum Kind und in der Schule dort gibt es einen Raum, wo sie einen Platz hat? Ein zentrales Thema in Österreich immer noch ist, dass viele Sonderschulen, jetzt gerade so Sonderschulen für Kinder mit Körperbehinderung zum Beispiel, dass das Ganztagsschulen sind, wo alles im Multipack oder im All-Inclusive-Paket angeboten wird, vom Abholen von zu Hause übers Mittagessen bis zur Therapie und sich die Eltern nicht mehr kümmern müssen drum. Und abgesehen davon, dass es den ganzen Tag betreut ist, das Kind, also das noch mit dem Querverweis zur Berufstätigkeit der Eltern, in der Integration ist das immer noch nicht selbstverständlich, dass auch ein integrativ beschultes Kind vielleicht ein Mittagessen an der Schule kriegt und dann integrativ im Hort begleitet, betreut wird. Da wird es auch wieder kompliziert, weil für einen Hort ist jemand anderer zuständig als für die Schule. Das habe ich zum Beispiel selber erlebt. Das Kind ist am Vormittag integriert worden und dann zum Mittag ist abgeholt worden und in den Hort in die Sonderschule gesteckt worden, weil es hat bei uns einfach keine Nachmittagsbetreuung gegeben. Das mag sich jetzt punktuell geändert haben. Ich weiß aber, konkret aus Innsbruck zum Beispiel, dass die Frage der integrativen Nachmittagsbetreuung mit der angemessenen zusätzlichen Unterstützung überhaupt nicht selbstverständlich ist. Da müssen auch wieder die Eltern kämpfen dafür. Klar ist das dann, wenn sich die Eltern das überlegen, feiner zu sagen, okay, ich bin zwar gegen die Sonderschule, aber in Anbetracht meiner sonstigen Herausforderungen, die ich habe und das Leben mit dem behinderten Kind ist eh schon sehr anstrengend, dann ist es schon praktisch, wenn ich es da in die Sonderschule... Aber das sind alle strukturelle Phänomene, die man ändern könnte. Sie hörten eine Sendung von Frick Radio zum Thema schulische Integration. Unsere Gesprächspartnerin war die Sozialwissenschaftlerin Petra Flieger. Interviewt haben Katharina Zabranski und Margarete Endl. Die Moderation hat Josef Heinz gesprochen. Die Technikerin im Studio war Katharina Ahammer.